Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Alpcasts, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Das Thema heute Verantwortung und Eigenverantwortung. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, hoffe ich natürlich, dass ihr alle eine wunderbare Woche gehabt habt. Wir haben eine sehr spannende Woche hinter uns. Am Donnerstag kam ja die erste Folge der Serie Training für die Berge bei uns am YouTube-Kanal online. Und das war insofern ganz, ganz spannend, weil es war ein Ausflug in ein Projekt, wo ich nicht wusste, wie das angenommen wird. Und wo ich nicht wusste, wie da die erste Meinung oder die Vorfreude der Community diesbezüglich aussieht. Und da war ich sehr gespannt. Und das hat mich dann auch so ein bisschen zu dem heutigen Thema gebracht. Tatsächlich möchte man gar nicht meinen, dass das in irgendeiner Weise zusammenhängt. Aber ich komme dann gleich darauf. Thema Verantwortung und Eigenverantwortung. Zuerst, als ich mir überlegt habe, ja wie nenne ich denn diese heutige Episode, nachdem ich mir viele Gedanken über das Thema gemacht habe. Da dachte ich zuerst, ich nenne es Alpcast und dann Klammer auf Eigen, Klammer zu Verantwortung. Damit hätte ich quasi einen deutlich knackigeren Titel gehabt als Verantwortung und Eigenverantwortung. Vor allen Dingen dasselbe Wort zweimal. Das schaut auch irgendwie nicht schön aus, finde ich. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, das so zu lassen. Denn ich dachte, die Eigenverantwortung, die verdient gerade im Bergsport einen eigenen Platz. Und auch im Titel verdient die definitiv einen eigenen Platz. Insofern darf die da ruhig alleine stehen und ganz neben der Verantwortung stehen. Das darf man eigentlich nicht miteinander vermischen, dachte ich mir. Und das hätte ja dann den Eindruck vermittelt, als wäre das irgendwie ein Zusammenhang zwischen Verantwortung und Eigenverantwortung. Dabei liegen zwischen Verantwortung und Eigenverantwortung eigentlich Welten. Denn der Wert der Eigenverantwortung, der ist viel, viel kleiner, viel, viel kleiner auch zu bemessen als der Wert der Verantwortung. Denn Verantwortung übernehme ich für jemanden oder für etwas. Die Eigenverantwortung, die betrifft immer nur mich, aber auch die Verantwortung betrifft mich. Also die Verantwortung ist irgendwo immer etwas weitgreifender. Und das nicht nur in den Bergen, sondern das ganz allgemein im Leben. Und die erste Frage, mit der ich mich heute auseinandersetzen möchte, ist die Frage, wer ist am Berg für mich verantwortlich? Bin das nur ich oder sind das auch andere Leute? Kann ich irgendjemanden dafür verantwortlich machen? Das ist nämlich das Credo unserer heutigen Zeit. Wir suchen für alles immer irgendwo einen Schuldigen. Wir brauchen immer irgendjemanden, auf den wir die Verantwortung abschieben können, nur um selbst eine weiße Weste zu haben. Und ich finde, dass das eine ganz problematische Vorgehensweise ist. Deswegen gleich zu Beginn die erste Frage, wer ist denn am Berg für mich verantwortlich? Und da fällt das Stichwort Eigenverantwortung gleich ganz groß in den Raum. Am Berg gilt natürlich die Eigenverantwortung. Wir sind immer, wenn wir am Berg unterwegs sind, für uns selbst verantwortlich. Wir müssen selbst schauen, wo wir bleiben. Und wir können niemanden, wenn wir abstürzen, die Schuld daran geben, auch wenn das mittlerweile eben immer mehr versucht wird. Denn wir versuchen ja auch immer weiter, Verantwortung abzugeben. Denn Verantwortung bedeutet irgendwo auch, die Konsequenzen voll und ganz ausbaden zu müssen. Und das wollen viele auch einfach nicht. Viele wollen quasi Rosinenpicker spielen. Viele wollen einfach nur die Bergzeit genießen. Aber sobald etwas schief geht, war irgendetwas schuld, was sie nicht beeinflussen konnten. Und ich finde, das ist definitiv nicht weitreichend genug behandelt. Denn in der Theorie kann man immer sagen, dass auch man selber irgendwo für Geschehnisse am Berg verantwortlich ist. Manchmal direkt, manchmal indirekt. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Das heißt, ja, wir sind am Berg selbst für uns verantwortlich. Wir müssen darauf schauen, dass es uns gut geht am Berg und dass wir sicher unterwegs sind. Wir können das nicht jemand anderem umhängen. Und das versuchen wir aber irgendwo auch. Und interessant ist das Ganze dann, wenn wir versuchen, Verantwortung abzugeben. Also wenn wir versuchen, irgendwo eine Ausrede zu finden, warum etwas nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da fällt mir als erstes gleich ein Beispiel namens Klettersteig ein. Klettersteig ist eine spannende Entwicklung der letzten 20 Jahre. Nämlich ganz im Detail die Sportklettersteige. Sportklettersteige, das sind für alle, die das jetzt nicht wissen, Klettersteige, die nicht unbedingt einen großen Berg als Ziel haben, sondern hauptsächlich für die sportliche Betätigung als Klettersteig angelegt wurden. Also der Klettersteig steht im Fokus. Der endet einfach irgendwo im Nichts. Es kann natürlich auch sein, dass der auf einem Berggipfel endet. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Und es geht hier mehr um eine sportliche Herausforderung als um eine alpinistische Herausforderung. Sportklettersteige sind meistens auch so schwer angelegt, dass es sich hier definitiv nicht verhandeln lässt, ob man ein Klettersteig-Set und etwaige Sicherheitsausrüstung mitnimmt oder nicht. Während das ja in alpinen Steigen, im Hochgebirge zum Beispiel, ja durchaus strittig sein kann. Diese Sportklettersteige sind so angelegt, dass dem Klettersteig-Bgeher relativ wenig passieren kann und er relativ gut abgesichert ist. Dafür ist auch ein gewisses Team, manchmal ist es die Bergrettung, manchmal sind das Freiwillige von den Alpenvereinen zuständig, dass diese Klettersteige entsprechend gewartet werden und dass man da dementsprechend sicher unterwegs ist. Und das ist auch wichtig und gut so. Das Interessante ist aber, dass sich die Leute, die hier dann den Sport ausüben und die Klettersteige begehen, sich da mehr oder weniger darauf verlassen, dass das auch so funktioniert und dass hier keinerlei Fehler gemacht wurden. Das heißt, wir vertrauen den Leuten von der Bergrettung oder eben den zuständigen, wartungszuständigen Personen so weit, dass wir uns quasi mit unserer gesamten Gesundheit in deren Seile und in deren Seilanlagen reinhängen. Und das ist natürlich schon ein ziemlich mutiger Schritt, wenn man das mal so objektiv betrachtet. Denn theoretisch könnte da einfach der Kleber schon trocken gewesen sein, als der Stahlstift eininstalliert wurde. Und das fällt keinem auf und dann reißt man den Stahlstift raus und dann stürzt man vielleicht ziemlich weit ab. Nicht jeder beschäftigt sich aber gern mit diesem Gedanken und das verstehe ich auch. Denn wenn wir immer überall auf 100%ige Nummer sicher gehen müssten, dann hätten wir in den Bergen sowieso ein großes Problem. Aber was hat das denn jetzt mit Verantwortung zu tun? Immer wenn am Klettersteig etwas schief geht und das Ganze landet dann letztlich in den Medien, dann wird in den Medien immer ein Verantwortlicher gesucht. Wer ist denn jetzt schuld daran? Ist der Alpenverein schuld daran? Ist der Betreuer daran schuld? Wem kann man denn hier jetzt denn die Verantwortung zuschieben? Und das ist auch ganz spannend, denn im letzten Jahr, wobei nein, es war 2019, Verzeihung, da gab es solche Fälle zum Beispiel mit den Kuhattacken, den berühmt-berüchtigten Kuhattacken von den Killerkühen in Tirol. Da hat man sehr schnell versucht, jemanden zu finden, der dafür verantwortlich ist. Und da hat man sehr schnell versucht, jemanden auch vor Gericht ziehen zu können für diese ganze Geschichte. Also in der Verantwortungssuche, da muss man schon sagen, da sind wir Menschen sehr, sehr schnell. Eigenverantwortung ist immer kleiner geworden. Verantwortung suchen bei anderen, das wird immer größer. Das ist definitiv meiner Meinung nach, alles nur meiner Meinung, klar. Eine bedenkliche Entwicklung, ich würde nämlich sagen, wir sollten vielleicht wieder etwas anfangen, Verantwortung für uns selber zu übernehmen und mit den Konsequenzen von schlechten Entscheidungen selbst leben zu müssen und das nicht vor Gericht auszutragen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ein ganz besonderes Verantwortungsverhältnis gibt es am Berg, wenn wir mit einem Bergführer unterwegs sind. Das wisst ihr sicher, ich habe vielleicht schon mal eine Tour mit einem Bergführer gemacht. Der Bergführer, der geht immer so selbstsicher voran, der kennt den Berg, war schon hundertmal oben und der führt euch da vielleicht auf einen Berg mit Gletscherspalten und der navigiert euch da so ein bisschen durch. Ihr kommt sicher oben an, ihr kommt sicher wieder unten an. Und da habe ich mir schon mal die Frage gestellt, ob die Gäste, die der Bergführer denn so mit hat, ob die sich eigentlich darüber Gedanken machen, ob sie jetzt eigentlich für sich selbst verantwortlich sind oder wer macht das denn jetzt, weil sie wissen ja nicht, wo sie hin müssen, sie kennen sich ja auch nicht aus in der Gegend und im Gelände und das weiß alles nur der Bergführer. Ist er jetzt verantwortlich für sie? Interessanterweise ist das so ein bisschen eine Henne-Ei-Problematik. Denn tatsächlich ist es so, dass der Bergführer für seine Gäste verantwortlich ist. Da gab es in der Vergangenheit auch schon ganz, ganz spannende Gerichtsurteile, die man sich anschauen kann, wenn irgendwo ein Gast abgestürzt ist zum Beispiel. Das ist wirklich interessant. Und diese Verantwortung, die der Bergführer für die Gäste übernimmt, die kommt ja von irgendwo her. Und das Spannende ist, die Klienten oder die Gäste oder Kunden, wie man sie auch immer betiteln möchte, die geben die Verantwortung auch sehr freiwillig ab. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vom Bergführer so gewünscht ist, dass der die komplette Verantwortung für die Gäste übernimmt. Ich würde eher sagen, nein. Denn auch wenn dieser Mensch natürlich dazu bereit ist, die Verantwortung für die Gäste zu übernehmen, ich glaube, das ist eher ein notwendiges Übel, um seinen Beruf auszuüben, anstatt dass er das wirklich gerne tut. Also ich zumindest würde nicht sehr, sehr gerne Verantwortung für viele Menschenleben jeden Tag übernehmen müssen und dann eben auch die entsprechenden Konsequenzen tragen müssen. Das gebe ich gerne zu. Das ist nämlich eine verdammt gefährliche, aber auch, ja, eben verantwortungsvolle Angelegenheit. Und wenn man das jeden Tag macht, dann kann das schon mal sein, dass da irgendwo was passiert. Aber irgendwo sehe ich auch die Verantwortung bei den Gästen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Tatsächlich haben sie keine, denn sie lagern sie ja komplett an den Bergführer aus. Aber vielleicht könnten die Gäste ja auch mal anfangen, die Verantwortung wieder etwas zurück ins Heim zu holen und zu sagen, naja, ich bin zwar nicht offiziell und vor dem Gerichter dafür verantwortlich, dass ich jetzt gesund auf den Berg und wieder runterkomme, aber ich könnte doch die Verantwortung übernehmen, selbst zu wissen, was ich da überhaupt tue, wie ich das tue und wo ich unterwegs bin. Ich kann zumindest Verantwortung für die Dinge übernehmen, die in meinem Raum der Fähigkeiten sich irgendwo befinden, dass man ihm sozusagen die Verantwortung nicht abnimmt, weil die ist eben gerichtlich in gewisser Weise ja festgelegt, aber zumindest, dass ich ihm eine gewisse Unterstützung biete, indem ich nicht komplett hilflos mich ihm aussetze, sondern auch selbst unter Kontrolle habe, wann habe ich ein Problem, wann sollte ich meinem Bergführer vielleicht sagen, du, so irgendwie, ich fühle mich da gerade nicht gut und so weiter, denn das ist die Verantwortung des Gastes. Und tatsächlich gibt man auch das sehr schnell ab, denn man glaubt, dass der Bergführer eine Art des Service ist, der einen zum Gipfel rauf führt und wieder runter und man selbst muss nichts machen außer warten und die Füße vorwärts bewegen. Und das ist aber nicht so. Das heißt, das würde vielleicht auch irgendwo ganz gut sein und ganz gesund sein für alle Beteiligten, wenn die Gäste auch wieder etwas Verantwortung für sich selbst übernehmen, auch wenn sie auf dem Papier vielleicht die Verantwortung einfach abdrücken können. Aber ich finde das auch persönlich sehr menschlich, sehr unsympathisch, wenn man einfach anfängt, Verantwortungsbereiche abzugeben, die man eigentlich, eigentlich ja hat. Also wenn wir ohne Bergführer in den Bergen unterwegs sind, übernehmen wir die Verantwortung für uns selbst ja auch. Und vielleicht übernehmen wir nicht mit dem Bergführer nicht die technische Verantwortung, also dass das Material, das er uns zur Verfügung stellt, dementsprechend einwandfrei ist und dass wir nicht irgendwo in einer Gletscherspalte stürzen und uns verlaufen, die können wir durchaus dem Bergführer umhängen. Aber die Verantwortung, die wir auch sonst in den Bergen immer übernehmen, die können wir nur, weil wir jemanden dafür bezahlen, dass er uns auf den Berg bringt, ja nicht einfach auslagern und einfach sagen, ja ich brauche jetzt gar nichts mehr machen, ich muss mich jetzt überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Das ist jetzt alles das Problem des Bergführers und ich weiß aus den Bergführerkreisen, dass das eine Problematik ist, mit der man sich nach und nach immer mehr auseinandersetzen muss, dass die Gäste glauben, sie können einfach, sie müssen sich für nichts mehr zuständig fühlen. Sie müssen einfach nur noch warten, bis sie am Gipfel sind und dann wieder unten. Das Problem ist aber, dass das die Bergführer nicht kommunizieren, denn es schadet natürlich auch ihrem Berufsstand, wenn sie jetzt aufstehen und sich über die Gäste beschweren in aller Öffentlichkeit. Denn schließlich sind das die einzigen Leute, die ihnen was bezahlen. Insofern ganz schwierige Sache, da wird sich auch niemals ein Bergführer wirklich dazu äußern, der jetzt davon lebt. Und deswegen ist das Verantwortungsverhältnis Bergführer zu Gast, Gast zu Bergführer ein ganz, ganz spannendes. Und man sollte sich einfach mal darüber Gedanken machen, wenn man eine Tour mit einem Bergführer bucht, ob das wirklich notwendig ist, dass man sich einfach so komplett auslagert. Nicht nur die Verantwortung, sondern auch jegliche Zuständigkeit und jegliches Wissen, das man theoretisch schon hätte, einfach sagt, egal, das lasse ich jetzt zu Hause, darum kümmert sich jeder Bergführer. Das ist eine Art des Umgangs auch mit dem Mensch, der hinter dem Bergführer steht, dass der mir irgendwie auch respektlos erscheint. Denn ich stelle mich doch nicht dümmer, als ich bin, nur weil ich jetzt das dafür bezahle. Also das ist ja fast schon paradox. Ich möchte doch so viel wie möglich selbst zu einer Leistung beitragen, wenn ich schon einen Bergführer nehme, der mir in gewisser Weise die kritische oder die schwierige Leistung mehr oder weniger abnimmt. Also das ist ein bisschen paradox. Und ich würde sagen, da könnten wir vielleicht mal wieder ein bisschen drüber nachdenken, dass wir ja ein bisschen eigenverantwortlicher auch, obwohl wir mit einem Bergführer unterwegs sind, arbeiten. Dabei ist dieses Thema ja noch lange nicht durch. Denn es gibt ja auch noch, und das hängt so ein bisschen indirekt mit den Bergführern zusammen, die Lehre der Verantwortung in Kursen. Das muss ich jetzt etwas näher erklären. Wenn du, ich, wir alle, einen Kurs besuchen, einen Kletterkurs, einen Hochtourenkurs, einen Eiskletterkurs, einen Klettersteigkurs, dann lernen wir in gewisser Weise mit der Verantwortung, mit der wir unterwegs sind, auch umzugehen. Das bedeutet, wir lernen, dass wir bei Hochtouren auch eine gewisse Verantwortung für unseren Partner haben, weil der hängt am Seil, genauso wie beim Alpinklettern. Da haben wir auch eine Verantwortung dafür, dass wir keine Steine unnötig lostreten. Wir haben am Klettersteiger eine Verantwortung dafür, dass wir ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Klettersteigbegehren halten. Wir lernen also eine gewisse Verantwortung, also unsere Verantwortung expandiert quasi in gewisser Weise mit all den neuen Fähigkeiten. Und oftmals wird das in Kursen nicht ausreichend gelehrt, beziehungsweise nicht ausreichend kommuniziert, denn wir sind durch unser größeres Fähigkeiten-Spektrum definitiv auch mit mehr Verantwortung ausgestattet. Denn gerade wenn es ins Hochgebirge geht, da sind wir eben, wie gerade erwähnt, auch manchmal für anderes Menschenleben verantwortlich. Und das ist ja auch ganz gut und schön, dass wir in unseren Kursen, egal ob Hochtourenkurs, Kletterkurs und sonst was, sehr viel darüber lernen, wie man jetzt mit der Technik zu hantieren hat und wie man da Rettungsaktionen plant und Rettungsaktionen richtig durchführt und vielleicht aus einer Route wieder vernünftig flüchtet, wenn man merkt, es geht nicht mehr. Das ist alles wahnsinnig wichtig, definitiv. Da möchte ich ein großes Satzzeichen dahinter setzen. Doch ich möchte auch erwähnen, dass ich, und ich habe in meinem Leben schon viele Kurse besucht, dass man hier vielleicht auch lehren könnte, dass man jetzt wirklich für ein Menschenleben mehr Verantwortung übernimmt, als wenn man einfach alleine wandern geht. Und selbst wenn man zu zweit wandern geht, da ist man so separiert, in gewisser Weise physikalisch auch separiert, dass man eigentlich immer noch hauptsächlich Verantwortung für sich selbst übernimmt. Es gibt natürlich auch noch den Punkt der Verantwortung untereinander, dazu komme ich gleich noch, Aber grundsätzlich ist es so, wenn man sich über Kurse weiterbildet, dann ist es in der Regel so, dass man danach Verantwortung für mehr als nur für sich selbst übernimmt und vor allen Dingen teilweise Entscheidungen auch trifft für eine andere Person. Wenn ich in einer alpinen Kletterroute unterwegs bin und mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin jetzt nun in einer Wand stecke und vorsteige und dann ist das Seil aus und ich muss einen Standplatz bauen und ich habe sehr unsichere Möglichkeiten, einen Standplatz zu bauen und sehr viel Auswahl und muss mich da jetzt entscheiden, wo ich einen sicheren Standplatz anlege, ja dann ist das natürlich, dann übernehme ich natürlich Verantwortung auch für meinen Partner, für meine Partnerin und das darf man einfach nicht vergessen. Und ich glaube, dass das in den Kursen etwas zu wenig kommuniziert wird. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, einen Kurs für Verantwortung einzuführen, der sich wirklich nur damit auseinandersetzt, wie sind wir eigentlich in den Bergen miteinander, füreinander verantwortlich und wie können wir uns gegenseitig so unterstützen, dass diese Verantwortung nicht ausgereizt wird, mehr oder weniger. Und das kommt mir in den meisten technischen Kursen einfach zu kurz und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, schließlich sind das technische Kurse. Aber ich habe noch nie irgendwo ein Kursangebot für die Verantwortung am Berg oder ähnliches gelesen. Ich glaube, der würde auch nicht so gut gebucht werden, denn für das Thema Verantwortung sind die Bergsteiger und leider oftmals auch Einsteiger, muss ich ehrlicherweise sagen, oftmals nicht sehr sensibel. Aber es gehört eine gewisse Sensibilität zu diesem Thema dazu, denn wenn dann mal der Ernstfall eintritt, dann kommt es eben oft vor, dass die betroffenen Leute, die nun Verantwortung übernehmen müssten, plötzlich sagen, nein, warum denn ich? Wieso ich denn? Ich habe doch nichts gemacht oder da kann ja ich nichts dafür, etc. Diese Aussagen hört man. Und das sind ja nicht mal Ausreden, sondern das ist tatsächlich das Aufwachen in einer Situation, in der man wie in Trance vorangeschritten ist und eigentlich dachte, man ist nur für sich selbst verantwortlich und plötzlich packt einen die Verantwortung und sagt, du bist ebenso nicht nur für dich, sondern auch für den Partner, dem jetzt etwas passiert ist, verantwortlich gewesen. Beim Alpinklettern, auf Hochtouren, vollkommen egal. Immer wenn man eine Leadership-Position übernimmt am Berg, immer wenn man vorsteigt, immer wenn man der Erste in einer Seilschaft auf einer Hochtour ist, dann übernimmt man Verantwortung für Menschenleben. Und das ist eine Sache, die sind sich, glaube ich, viele Menschen auch einfach nicht bewusst. Wenn ich in einer Gruppe auf eine Skitour gehe und ich bin der Einzige, der einen Plan jetzt von der Materie hat, im Detail, oder der sich im Vorhinein Gedanken darüber gemacht hat und wir haben eine kritische Lawinenwarnstufe und wir haben einen kritischen Hang irgendwo im Nord, so einen Nordhang und wir haben schwierige Bedingungen und ich steige da jetzt über einen potenziellen Lawinenkegel auf und da bin ich sehr lange unterwegs und ich bin der Einzige, der sich aber davor damit beschäftigt hat, weil die anderen gesagt haben, mach du das mal, dann bin ich nicht nur für mich selber verantwortlich und kann nicht einfach nur sagen, ja gut, hätten sich die anderen ja auch mal anschauen können, sondern dann bin ich in dieser Situation für alle Menschenleben verantwortlich. Und ich glaube, das muss besser kommuniziert werden, wir müssen da etwas sensibler für dieses Thema werden. Wir übernehmen am Berg nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für die anderen. Und je höher wir in unsere Reife steigen, je erfahrener wir werden und je mehr Fähigkeiten wir uns aneignen, Hochtouren, Eisklettern, Alpinklettern, was auch immer, desto mehr Verantwortung übernehmen wir für jene, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und das ist generell ein Punkt, bei dem ich sagen muss, da sind wir immer in Verantwortung, da sind wir immer dafür verantwortlich, dass es dem anderen gut geht, dass der andere seine Sorgen berichten kann und dass dann dementsprechend auch reagiert wird, nicht nur in den höheren Disziplinen des Bergsteigens, sondern auch bei den simplen Wanderungen. Denn auch da sind wir in gewisser Weise verantwortlich dafür, dass es den Leuten gut geht. Wenn wir zu zweit unterwegs sind und ich bin ein erfahrener Wanderer zum Beispiel und ich nehme nun jemanden mit auf eine Wanderung, dann kann ich nicht einfach sagen, der ist vollständig für sich selbst verantwortlich und mir ist das jetzt alles egal, denn er ist ja ein erwachsener Mensch und deswegen muss er das schon selber wissen. Es gibt einfach Bereiche am Berg, die kann man noch nicht wissen, wenn man sie noch nicht selbst erlebt hat. Und wenn du quasi in dieser Situation jemand bist, der schon erfahrener ist, dann bist du für diese Person mitverantwortlich. Du übernimmst nicht die volle Verantwortung für das Leib und Leben dieser Person, aber du bist mitverantwortlich. Und dieser Verantwortung kann man sich nicht einfach entziehen. Es funktioniert nicht. Was uns auch ehrlicherweise gleich zum nächsten Punkt bringt. Wie leicht kann man sich denn der Verantwortung entziehen? Und da muss ich jetzt in einen Bereich eingreifen, der wahrscheinlich etwas sensibel sein wird, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich die Verantwortung in einer Gruppe, in einer Community. Verantwortung abgeben bedeutet immer von irgendetwas davonlaufen, vor dem man eigentlich nicht davonlaufen hätte sollen. Denn Verantwortung abgeben bedeutet, ich hätte eigentlich die Verantwortung, aber ich lagere sie jetzt einfach aus. Und wenn ich Bergvideos im Internet sehe, und die werden ja irgendwie auch immer mehr, dann sehe ich immer öfter einen Disclaimer vor den Videos. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn ihr das macht und ihr handelt vollständig eigenverantwortlich und so weiter. Das sehe ich nicht so. Denn wenn ich ein Bergvideo poste, dann bin ich dafür verantwortlich, dass die Inhalte dementsprechend übermittelt werden, dass klar wird, was dort auf mich wartet und dass klar wird, wie ich mich dort zu verhalten habe, um sicher diese Bergtour begehen zu können. Und dass in diesem Video inhaltlich klar wird, wer auf dem Berg etwas verloren hat und wer nicht. Ich bin dafür verantwortlich, dass das klar wird. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich kein detailliertes Bergvideo posten möchte, dann muss ich das inhaltlich auf diesem Berg auch so rüberbringen während dem Video. Da kann ich nicht einfach nur einen Disclaimer einfügen, ja, ich bin aber übrigens nicht für euch verantwortlich. Ich sage es gleich, das ist dann euer Problem. Und ich weiß, das sehen viele anders. Viele sagen, naja, die Menschen müssen ja nicht jedem Blödsinn nachmachen. Da finde ich, ist die Verantwortung zu kurz gegriffen. Denn wenn ich etwas präsentiere in der Öffentlichkeit, und das ist egal, ob ich das gegenüber 1.000, 10.000, 100.000 oder 1.000.000 Menschen veröffentliche, ich bin dafür verantwortlich, dass meine Inhalte korrekt präsentiert werden. Korrekt im Sinne von, die Message dahinter sollte klar sein. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte jetzt, keine Ahnung, den Jubiläumsgrad auf die Zugspitze im Winter begehen, dann muss von vornherein klargestellt werden, dass das eine Unternehmung ist, die alpinistische Erfahrung und entsprechendes Training und entsprechende Sicherheit in dem Ganzen voraussetzt. Das reicht nicht, wenn ich da einfach nur sage, ja, es ist aber Eigenverantwortung, nur dass ihr es gleich wisst, also mir ist das egal, ob ihr das macht, aber ich bin dafür nicht verantwortlich. Das ist feige. Das ist einfach feige. Man möchte sich damit einer gewissen Verantwortung entziehen. Und ich kann das auch gerne auf unseren Content projizieren. Das mache ich jetzt sehr gerne. Die Dinge, die ich sage, für die übernehme ich schon insofern Verantwortung, als dass ich sie vertreten muss. Wenn ich diese Dinge nicht vertreten kann, dann mache ich mich trotzdem dafür verantwortlich. Das bedeutet, wenn ihr diese Dinge jetzt so für wahre Münze nehmt und dann dementsprechend Ausrüstung kauft oder dementsprechend Sachen umsetzt etc., dann ist das vollkommen legitim, dass ihr sagt, ich habe das von dem und dem so gelernt. Denn das ist die Verantwortung der Menschen, die etwas herzeigen. Und es ist dabei vollkommen egal, ob der dabei die Ausbildung dafür hat oder ob der dann vor Gericht dafür gezogen werden kann, wie ein Bergführer zum Beispiel, oder ob das einfach nur irgendein Informationsvideo aus dem Internet ist. Wenn ich keine gesetzliche Verantwortung für etwas übernehme, dann übernehme ich in meinem Fall zumindest eine moralische Verantwortung. Wenn ich Blödsinn erzähle und Menschen bringen sich deshalb in Gefahr oder sterben vielleicht sogar gar, dann übernehme ich eine moralische Verantwortung dafür. Und ich finde, dass es ziemlich traurig ist, wenn man sich einfach mit einem Disclaimer abwischt und sagt, nein, also ich habe ja gleich von vornherein gesagt, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Und ich finde das auch zutiefst unmenschlich und menschlich verwerflich, wenn man es nicht schafft, also wenn man glaubt, dass man es schafft, die Verantwortung, sich der Verantwortung zu entziehen, indem man einfach sagt, im Vornherein, ich bin übrigens nicht für euch verantwortlich. Und jetzt viel Spaß mit meinem extremen Inhalt. Und ich verstehe die andere Seite, die sagt, naja, wir sind alle erwachsen, wir müssen wissen, was wir tun, wir müssen Selbstentscheidungen treffen, wir sind nicht mehr in der Generation, oder wir sind nicht in der Situation der Amis, wo man jeden für alles verklagen kann, wenn nicht da auf der Mikrowelle steht, dass man die Katze nicht drin trocknen soll. Das verstehe ich schon. Ich finde beide Seiten zu extrem. Ich finde es zu extrem, jeden für alles verantwortlich machen zu können. Aber ich finde es auch zu extrem, wenn man für alles immer sagt, mir ist das scheißegal, was ihr macht. Ich zeige euch meinen Content, ich will Klicks, ich will Werbeeinnahmen, ich will Aufmerksamkeit. Aber was ihr dann tatsächlich macht, das ist mir doch egal. Das finde ich verantwortungslos. Und das andere Extrem, eben dieses klassische, nicht die Katze in die Mikrowelle stecken, das ist natürlich auch irgendwo ein krankhafter Auswuchs. Also es ist doch irgendwo ein Mittelweg gefragt. Es ist irgendwo diese vernünftige Mitte gefragt. Sowieso irgendwie ein Stichwort, das in den letzten Jahrzehnten immer weniger relevant geworden ist. Vernunft. Also ich habe das Gefühl, entweder man lagert alles an andere aus, oder es gibt die extremistische Haltung, dass man für alles selbstverantwortlich sein muss, und man darf sich nie über irgendwas beschweren. Also ich finde das ganz skurril. Man kann doch einfach mal einen vernünftigen Weg einschlagen, wo man sagt, ich übernehme eine moralische Verantwortung, wenn ich Inhalte publiziere, aber ich kann halt auch nicht erwarten, dass ich für jeden Scheißverantwortung übernehme. Also es muss hier irgendwo ein vernünftiges Mittelding geben. Deswegen gibt es bei uns in der Community, oder bei uns auf YouTube, auch keine Disclaimer, dass man vollständig eigenverantwortlich auf den Touren handelt. Aus zwei Gründen. Erstens, ich finde es zu leicht. Ich finde das zu einfach, einfach zu sagen, ja, pff, mir ist das egal, ich setze das einfach vor jedes Video, und dann ist mir das einfach wurscht, dann kann mir das einfach wurscht sein, was mit den Leuten passiert. Ich finde das sehr unpersönlich, und ich finde das menschlich unfassbar verwerflich. Der zweite Grund ist, dass, wenn ich der Meinung bin, dass es eine gewisse Gefahr auf einer Bergtour gibt, die man kennen sollte, oder die unterstrichen werden sollte, dann erwähne ich das im Video ganz explizit. Denn das ist viel ehrlicher, als einfach nur ein Disclaimer, dass man sich der Verantwortung entzieht. Dann sage ich, hey, auf dieser Tour gibt es Gletscherspalten, auf dieser Tour gibt es enormen Steinschlag, auf dieser Tour muss man sicher im zweiten Grad klettern können. Wenn du das nicht kannst, solltest du dir die Bergtour besser nochmal genauer überlegen. Und ich bin der Meinung, dass das reicht. Denn dann sollte die menschliche Vernunft entscheiden können, bei jedem Einzelnen, ob das eine Sache ist, mit der ich umgehen kann, oder eben nicht. Und da muss ich dann mich nicht der Verantwortung entziehen, sondern dann kann ich sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, ich habe versucht, den Menschen meine Ansicht auf den Weg zu geben, mit auf den Weg zu geben, und jetzt liegt es an ihnen. Jetzt sind sie verantwortlich dafür, abzuwägen, ob sie sich dieser Herausforderung stellen können, oder nicht. Ich glaube nämlich, dass das Abgeben von Verantwortung Bequemlichkeit ist. Ich glaube nicht, dass man das machen muss, dass man immer sagen muss, ja, mir ist das wurscht. Also ich, also jetzt sowohl als jemand, der Content im Internet anbietet, oder auch der Bergführer, also das Gast-Bergführer-Verhältnis, wenn der Gast einfach die Verantwortung abdrückt, und sagt, ja, mir ist das egal, jetzt ist der Bergführer dafür verantwortlich. Oder der Content-Creator auf YouTube, Instagram, Facebook, wie auch immer, sagt, ja, mir ist das egal, jetzt sind meine Zuschauer dafür verantwortlich. Ich finde, das ist zu bequem. Wir können nicht immer so bequem leben. Wir müssen uns unserer Verantwortung irgendwo auch wieder bewusst werden. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir müssen ja nicht sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass sich der die Schuhe richtig anzieht, aber ich bin auf jeden Fall dafür verantwortlich, also als Content-Creator, aber ich bin auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass die Informationen, die ich weitergebe, stimme. Ob das jetzt in einem theoretischen Kurs ist, oder ob das in einem Tour-Guide ist, das ist vollkommen egal. Ich bin dafür verantwortlich, dass diese Informationen nicht falsch sind. Und das ist natürlich manchmal schwierig, aber auch der Gast eines Bergführers ist dafür verantwortlich, dass er zumindest sich die Schuhe binden kann eben. Und das sollte der Bergführer eigentlich schon einfordern dürfen. Und leider wird es oftmals eben nicht eingefordert. Oftmals muss der Bergführer dann den Leuten erklären, wie man sich den Rucksack richtig einstellt, damit man ihn auch vernünftig tragen kann und die Stöcke richtig einstellt und so weiter. Also die Dinge, die man eigentlich wissen müsste. Aber der Bergführer, der beschwert sich dann selten vor dem Gast oder in der Öffentlichkeit, denn wie gesagt, der möchte ja weiter Geld verdienen. Und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, sondern diese Haltung und dieses Verhalten ist relativ nachvollziehbar. Verantwortung und Eigenverantwortung ist also ein schweres Thema in den Bergen. Und ich finde, es ist nicht so leicht erledigt, indem wir einfach sagen, ja, sind eh die anderen dafür verantwortlich. Ich bin der Meinung, wir übernehmen oft Verantwortung für andere Menschen, ohne es zu merken, ohne es zu wissen. Und wir sollten uns dafür ein Bewusstsein schaffen, dass wir für andere Menschenleben verantwortlich sein können auf den Bergen. Und manchmal aber eben auch nicht. Und manchmal sollten wir uns vielleicht überlegen, schon im Vorhinein, kann ich denn, könnte ich denn damit überhaupt umgehen, als Leader, als Führungsperson in einer Seilschaft zum Beispiel, die Verantwortung für einen sicheren Standplatz oder für die richtige Orientierung am Gletscher übernehmen. Nicht einfach nur, ich bin halt der Erste und gehe weiter, ist egal. Sondern ich übernehme Verantwortung für mich, für den hinter mir, für den hinter dem und so weiter. Das sollte man vielleicht in Zukunft bei den Touren etwas mehr bedenken. Ein bisschen mehr darüber nachdenken. Muss ja gar nicht sein, dass sich dadurch Entscheidungen oder Wege oder Routen oder Touren ändern, sondern einfach nur wieder mal kurz darüber nachdenken. Ein bisschen ins Bewusstsein bringen, dass man einfach Verantwortung für jemanden übernehmen kann, manchmal, ohne es zu wollen. Und manchmal will man es und tut es dann auch. Und ja, das ist etwas, darüber sollten wir uns einfach mal Gedanken machen. Und ich fände es ganz cool, wenn es irgendwie auch mal die Möglichkeit gäbe, Kurse für Verantwortung zu haben, ohne dass man gleich irgendwo ein Bergführer, der Bergführer diesen Kurs übernehmen muss. Aber eine ganz allgemeine Bewusstseinsschaffung für Verantwortung am Berg in Form eines Kurses, wo man sich einfach zusammensetzt mit zehn Personen oder so und dann sagt, hey, überlegen wir uns doch mal. Gehen wir doch mal eine hypothetische Bergtour durch und plötzlich passiert was. Wer ist denn dafür verantwortlich? Müssen wir uns dafür jetzt schämen, dass wir nicht ausreichend eingegriffen haben? Oder können wir sagen, das ist das Problem dieser Person gewesen und da kann ich nichts dafür? Ich finde, das gehört irgendwo dazu, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Und ich glaube, dass das in diesen Fachkursen, in denen es ja zu Recht um technisches Wissen geht, etwas zu wenig behandelt wird. Aber vielleicht gibt es sowas ja eines Tages mal. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet oder schreibt es mir gerne per Mail an kontakt.alpenacademy.at. Eure Meinung interessiert mich wirklich wie immer. Sehr auch zu anderen Podcasts gerne eure Meinungen in die YouTube-Kommentare oder eben einfach per Mail an mich schreiben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast mit möglichst vielen Menschen teilt oder auch auf YouTube unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.